hallo thomas gut und dir was gibt es neues du neue freundin finden aus bosnien vielleicht meine verwandte an die ist hübsch okay alles klar schön schön freut mich sehr freut mich sehr wie sind unsere frauen sehr hübsch sehr hübsch unsere frauen bild hübsch wirklich wie sind im bett super im bett sehr gut auch die schlafen bis 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 12 uhr schlafen mindestens ja ja wie mit dem geld umgehen unsere frauen ob viel verbrauchen diese nicht verbrauchen also bosnische frauen nicht verbrauchen die die vernichten geld so wie diese akten vernichten so alles kaputt gehen diese in der küche auch sehr gut sehr gut in der küche kühlschrank immer voll immer paar städte kaufen salami käse immer so also kühlschrank immer voll immer voll ob große klappe haben hast du bis jetzt keine gehabt aus bosnien nur deutsche bis jetzt okay kennst du diese klappe bei deutsche frauen sehr große klappe haben bei unseren doppelt so groß genau doppelt so groß was gut machen unsere frauen die unsere frauen gut streiten zum beispiel sehr gut streiten wenn du mit unsere frauen streiten du du nicht zu wort kommen die du ein wort die hundes wörter sagen die sehr gut streiten unsere frauen die